Musik So Leute, wir sind jetzt gerade in Bremen, jetzt wird erstmal was gegessen. Dickie Gang Bang, wir sind noch auf jeden Fall auf Tour und wir werden noch auf jeden Fall gut spaßen. Musik Kokain oder Speed? Musik Düsseldorf ist gerade in Bremen, hat auch mit am Start gewesen, einen dicken Aufstieg hingelegt, erst mal warst du dann nirgends am Start, hat seinen Aufstieg hingelegt und dann hat es dann Summer fahren, glaube ich, auch mit mir gekommen, haben die scheißigen One-Man-Man-Man-Man-Man. Erstes Konzert hier in Bremen und dann auch erstes Konzert auf der Tour. Fabi, ich denke, ich liebe dich. Ich auch. Ich bin ein ganzes Konzert. Ich bin ein ganzes Konzert. Vielen Dank.